Musik Dieses schöne Haus, der Geburtstag, das alles zusammen, das führt dazu, dass die Menschen alle glücklich sind, die hier sind. Begrüßen Sie mit mir die Weimarer Band Al-Bak. Was mich freut, ist, dass so viele unterschiedliche Generationen hier sind. Kinder, Familien, ältere Leute, alles mischt sich. Wir sind selber mit vielen Kindern hier. Und für mich ist das also immer wieder ein besonderes Erlebnis, wie unkompliziert, wie freundlich, wie lustig, wie vital es am 268. Geburtstag von Goethe zugeht. Und ich bin schwer begeistert von der Stimmung. Es ist schön. Viele nette Menschen, die lächeln. Und wir haben uns eben schon, meine Frau und ich, umgeschaut überall. Es ist toll. Eine richtig schöne Stimmung. Und das ist Volksfestcharakter, so wie es sich der alte Goethe sicher gewünscht hätte. Und ich habe vieles, wohl fast alles von dieser Welt gesehen. Die Welt wird dadurch so interessant. Gäbe es nichts in ihr zu entdecken. Neulich um vier, klopft an der Türe. Na nur Besuch, so früh am Tag. Ja, ja, ja.